Duschbrausen und Armaturen, von elegant bis fantasievoll. Das ist das Geschäft der Niklas-Gruppe. Eine große Auswahl der verschiedenen Modelle wird im modernen Showroom in Ash präsentiert. Hier können sich Privatkunden informieren und einzelne Brausen ausprobieren. Auch ein Teil des Versands an kleinere Kunden wird von hier aus organisiert. Die meisten Produkte gehen aber direkt an große Wiederverkäufer. Weltweit sind wir in fast allen Ländern vertreten. Kernkunden sind Großhändler und Armaturenfabriken, die keine eigene Duschenherstellung haben, die sie dann von uns kaufen, mit ihrem Namen versähen. Dank seiner Innovationskraft konnte sich der 1982 gegründete Familienbetrieb in einem sehr komplexen Marktumfeld behaupten und hat über die Jahre stetig Marktanteile gewonnen. Mittlerweile zählt das Unternehmen rund 200 Beschäftigte. Vom Hauptquartier in Ash werden die weltweiten Aktivitäten gesteuert und überwacht. An der Spitze der Firma steht noch immer Firmengründer Gerhard Niklas, welcher das Unternehmen bis heute nach seiner Unternehmensphilosophie leitet. Man muss den Leuten heute das Gefühl geben, dass sie sich wohl fühlen, wenn sie arbeiten. Und dann haben sie auch keine Probleme. Und das machen wir eigentlich überall. Bei uns ist es so, dass eben jeder vom anderen genau weiss, was er macht. Und das ist auch sehr positiv. Wenn mal jemand nicht da ist, haben wir immer Leute, die trotzdem die können vertreten und den Job von ihnen machen. Und wir arbeiten wirklich alle sehr eng miteinander zusammen. Das Unternehmen ist bei Badezimmerarmaturen qualitativ führend in Produktion, Design und Entwicklung und macht einen Umsatz von rund 60 Millionen Franken pro Jahr. Da das internationale Marktumfeld hoch kompetitiv ist, sind ständige Innovationen wichtig. Der einzige Schutz ist nicht das Patent. Das ist schon altmodisch. Das ist von gestern. Der einzige Schutz ist nach vorne schauen, besser werden als der andere und schneller sein. Und wenn man einen Tag schneller ist als der andere, dann hat man diesen Tag gewonnen. Und dann kommt einen anderen Tag schon bereits der Chines mit der Kopie. So geht das. Seit diesem Jahr haben wir auch noch Armaturen und Accessoires dazu mit aufgenommen. Und das auch wieder im Nikles-Style in einer ganz besonderen Art und Weise. Nämlich in Karbrunn zum Beispiel unsere Armaturen. Und das hat weltweit kein anderer. Nikles – Dusch- und Badzubehör für höchste Ansprüche.